Willkommen zu einer weiteren Ausgabe The Walking Dead Season 2 Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe den letzten, ich habe jetzt erst gemerkt, dass die letzten Aufnahmen von der Qualität her richtig scheiße waren, ey, wie konnte das denn passieren? Ich habe jetzt noch ein paar Sachen wieder umgestellt, also Open Broadcaster, ich weiß nicht, es wird mir immer unsympathischer, dieses Programm. Ich habe zum Beispiel gestern mit Ich mag Milch und Sarge, habe ich wieder Overwatch aufgenommen, was jetzt mit Open Broadcaster überhaupt nicht funktioniert hat. Und kaum habe ich es mit Action aufgenommen, hat es wieder einwandfrei funktioniert, also ich weiß nicht, was da los ist zur Zeit. Keine Ahnung, also auf jeden Fall, das Open Broadcaster ist echt ein geiles Programm, aber irgendwie komme ich da jetzt nicht so ganz drauf klar. Ich probiere es jetzt nochmal und wenn es dann halt echt nicht funktioniert, dann muss ich halt echt mal gucken, dass ich irgendwie, ja, wieder auf Action umsteige oder so, weil es ist halt echt krass und so, ne? Na ja, schauen wir auf jeden Fall mal, wie es weitergeht. Ich bin relativ, also was heißt relativ, ich bin mega gespannt, wo es jetzt mit der Karre hingeht, die Kenny so geil reparieren konnte. Oh, no. Ich weiß nicht, wie eine dummige Idee es war, um hier in den ersten Platz zu marchen, aber es war eine schlechte Idee. Sie ist richtig. Was, wenn wir nach Hause zurückgehen? Warte, was? Fuck das! Ich war eher so, wie Texas. Texas? Die fuck? Es war nur eine Idee. Wir haben bereits über das gesprochen. Ich bin sorry, wir haben? Wir werden uns finden, Wellington, richtig, Clem? Wellington? Kenny, es ist hier so warm, Mann. Es wird nur noch schlimmer. Ich bin mit Kenny. Jane, wir sollten nach vorne gehen. Gott, das ist richtig. Clem. Meine Freundin Krista. Sie hat mir gesagt, dass Wellington ein lange Zeit vor, Jane. Es ist da. Schau, ich sage nicht so, was diese Leute denken. Ich habe diese Trucke gearbeitet, also ich sage, wo wir gehen. Und wir gehen nach vorne. Das ist die beste Chance, dass wir helfen, AJ. Was für Arvo? Wer? Oh, der Russki? Ja, er nicht mit uns kommt. Du kannst ihn hier einfach verlassen? Ja, ich sage nicht so, wo er geht. Er ist fertig. Er könnte sterben. Er ist besser, als er noch einen von uns. Wir sollten ihn fragen, was er will. Da ist ein Konzept. Er weiß die Bereich. Er kann uns helfen. Oh, ja, ich helfe, er hat er. Er hat Luke gebeten. Ich würde sagen, er hat die Situation gebeten. Aber vielleicht, wenn du ihn auf ihn vorst, er würde nicht weggehen, in den ersten Platz gehen. Du denkst über das, Kenny? In der Fall, ich bin nicht irgendwo in der Mitte der Nacht. Ja, ich bin auch nicht. Es könnte sein, dass ein Herz da draußen ist. Du willst das Kind's Blut auf deine Hand, Mike? Wir werden alle sterben hier, wenn du ihn auf ihn schiefst, Kenny. Wir haben nicht genug gemacht, für einen Tag? Jesus Christus. Erinnerst du die letzte Mal, wir hatten eine Arbeit in der Fahrt, und wir sind auf unsere Arten, Clem? Ich gehe in die Zeit. Gott, verdammt! Es gefällt mir gar nicht. Und es ruckelt schon wieder wie Scheiße. Muss ich mich erst um kümmern. Tut mir unwahrscheinlich leid, ich muss das jetzt erst auf die Reihe kriegen. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das wird zwar jetzt gerade mal nichts ändern. Denk ich. Vielleicht ja jetzt. Mal schauen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich muss es einfach probieren. Gott, verdammt! Das stupide verdammte... Geh die verdammte aus hier! Es ist mir! Nee, funktioniert immer noch nicht. Ich muss, ich muss das jetzt erst knacken. Ja, ja, und wenn ich es rausschneide, ist es eigentlich völlig egal. Ach, verdammt nochmal. Dieses Programm, das... Nee, überzeugt mich einfach nicht. Es überzeugt mich einfach nicht im geringsten. Es gibt ja noch andere Einstellungen, die ich machen könnte, aber irgendwie funktioniert das nicht ganz. Mit diesem Quicksing und so weiter. Aber da müssen wir jetzt echt mega reinfuchsen, und das geht mir einfach nur derber auf den Knispel, ey. Das ist so zum Kotzen. Habe ich das jetzt geändert? Ja, bitte. Übernehmen. Ja, probieren wir es einfach. Ich hoffe, dass es die Einstellungen jetzt übernimmt. Nicht, dass ich erst wieder rausgehen muss. Wenn nicht, dann müssen wir jetzt in dem Part so weitermachen. Sorry, just... Give me a second. Nee, hatte nicht übernommen. Close the door. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck, and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up her ass, but I thought at least Mike would have more sense. They're scared of you, Kenny. Well, if their big plan is to wander around in the woods, they ought to be scared of more than me. Did you hear me? We're all scared. Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. Clem, think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. A lot of folks died to get us this far. We owe it to them to see this done. This is different. How? Where are we going to find Baby-Formula? I don't know, but sitting around here ain't a way. I wish Lee was here. I think what you think he'd say. I think he'd tell me to try to keep the group together. Yeah. Hat er immer versucht. I can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew. And what people like Jane won't ever understand. Look, I know Wellington might be bullshit. But where there's smoke, there's fire. Christa heard about it too, right? You know, when I first saw you back at that lodge, I thought I was dreaming. And when you sat down next to me, and we shared that meal, well, I could tell that you were different now. Grown up. I felt pride. I felt pride. A pride I hadn't felt in a long time. But I need you now, Clem. There have to be folks doing better than us. It's the only chance that child has. Yeah, but we can't do it alone. We need the others. And that's why I gotta be able to count on you, Clem. We gotta convince him. You and me. Look, we'll figure everything out in the morning. Come on. Let's get some sleep. So we gotta be ready. Let's get some sleep. Schnell, 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 schnell. Was machst du? Ich habe das Rest. Clem. Ist das euer Scheißernst? Wer, Kenny? Clem, verdammt. Wir haben nicht Zeit für das. Nur... Nur ruhig, Clem, bitte. Okay, Clem. Jetzt gehen wir mit dir schön und langsam. Und du gibst mir die Schreie, okay? Und dann sprechen wir. Warum machst du das? Er hat uns keine Wahl gegeben. Ich bin... sorry, Clem. Gib mir die Schreie, Clem. Ich werde dich nicht wehren. Ich werde schreien. Da geht's. Da geht's. Es ist okay. Nur... Nein! Ne, oder? Ja, genau, der miese Wichser. Und wenn der jetzt auch noch mit dem Auto abhaut, Alter, ich... Das kann euch... Das kann nicht euer Ernst sein gerade. Das kann nicht euer Ernst sein gerade. Clem. What the fuck did you do? Clem. What did you do? Clem. 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 Oh... Oh... Ich dachte, es kommt schon wieder so ein... Was? Nein! Und auch schon aus dem ersten Teil jetzt ernsthaft? Ich bin jetzt aber nicht gerade gestorben, oder? Was? 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 We Franzern. Ja? Wir nicht wissen, wie das funktioniert. Das passiert jetzt. Eli ist ein Schlag. Ihre Mutter ist бы Kussin. Vielleicht kann ermiten. Wenn ich es extra Alt aparecer, POLF mercado, ich hatte immer etwas Warum? Ich hab ihn ein Crybaby. Als ich den Bogen in seinem Pillow sah. Oh, das ist okay, honey. Du hast es nicht gesagt. Carly. Warum hat Lilly das gemacht? Ich weiß nicht. Sie war schade, Clem. Ich kann Menschen manchmal schlafen. Hast du schon so schlafen? Ich kenne die Antwort. Und wenn ihr es auch wissen wollt, da oben. Warum? Es ist schlecht. Es passiert alle anderen. Und es ist schwer, sich selbst zu sein, nach dem sie machen. Wir müssen die Leute wegschauen. Wir müssen die Leute nicht wegschlagen. Wir müssen die Leute wegschlagen. Es war eine schwierig, aber was sie, wenn sie etwas gemacht hat, für dich schlagen? Ich weiß nicht, ob wir die richtige Sache gemacht haben. Wie kannst du sagen? Das ist nicht wie die Mathe, Claire. Manchmal ist es einfach nicht die richtige Antwort. Ich liebe Mathe. Ich auch, Sweet Pea. Aber ein Teil von growing up ist, zu tun, was für die Leute, die du mit dir interessiert. Selbst wenn manchmal das bedeutet, zu schüttern jemanden. Ich will nicht jemanden schüttern. Es ist nicht so einfach. Ich bin Angst, Lee. Was kann ich dir sagen, um es besser zu machen? Ich werde nicht jemanden schüttern. Alles wird gut sein. Ja, das haben wir immer gesagt. Die ganze Zeit über. Jetzt versuchen wir sie zu schüttern. Oh, das ist nicht so. Auf der Seite! 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 Sie ist auf der Seite! Was ist passiert? Der Scheiße, Rusty, hat dich verletzt. Wir mussten den Schraub machen, um dich warm zu halten. Wie fühlst du dich? Es tut mir leid. Ich konnte nicht den Bullen finden. Sie müssen durchlaufen. Es wird ein paar Zeit verletzt, aber du bist okay. Diese Sons und B****. Ich habe es erwartet, von Russland. Aber Mike? Ich kann sagen, dass sie arbeiten auf etwas. Ich glaube, dass sie so weit gehen würden. Ja, wer würde das Essen holen und schreien einen Kind? Sie haben es nicht. Sie sollten sie in den Schraub machen, wie das in der ersten Zeit. Ich kann nicht glauben, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, dass sie nicht wussten, was sie machten. Sondern sie versuchen zu entfernen. Ja. Ja, sie sind jetzt weg. Good fucking Rippen. Jetzt Clem ist awake, wir müssen uns darüber sprechen, wo wir gehen. Wir gehen nach links. Was? Um zu finden Wellington? Du sprichst sehr viel, aber du hast einen besseren Plan? Wir gehen nach links. zurück nach Haus. Carver's Camp? Was ist das? Ich denke, dass Bonnie gesagt, dass es mehr Formulat da ist. Und wir wissen eigentlich, wo es ist. Ich will nicht, wo wir gehen. Nur bitte, stopp' zu diskutieren. Sie ist derjenige, der weg geht. Weil du nicht hörst, was ich sagen soll. Was ist das? Du hast alles mit einem schlechten Ehrer, sweetheart. Jackass. Oh, ich kann dich noch nicht hören. Schau, selbst wenn es irgendwo ist, könnte es uns Wochenende finden. Wir könnten uns zurück nach Haus in einem Tag zurückkommen. Ich sage dir was. Wir können uns zurückkehren. Wir können uns zurückkehren. Wir können uns zurückkehren. Wir können uns zurückkehren. Wie ist das? Whatever. Ich gebe. Ich gebe. Ich gebe. Wir spielen, Clem. Ich spie, mit meiner kleinen Augen, ein Asshole. Hier. Das Problem ist, es schneit, es ist Eis und sobald irgendein Zombie auf die Straße rennt, ist das Ding außer Kontrolle. Also ich würde lieber auf die Straße aufpassen, oder? Das macht dich nichts. Was ist das mit dir? Es ist deine Familie, oder? Nein. Es ist, oder? Ich versuche dich, du kleine Scheiße. Du bist nur ein Typ A-asshole, versucht zu retten ein paar Menschen zu retten. Du kannst nicht über sie reden. Das ist nicht das Zeit für das. Nein, das ist genau das Zeit für das. Du hörst mich. Du sagst auf meine Familie, und ich will fucking end you. Jesus Christ, ich bin so sick von diesem Wounded Warrior-Krab. Just pull over. Ich kann nicht das. Was? Was? Werble, wieder? Was? Wie eine Versuchung. Im Endeffekt, immer nur deine selbst in ihr. Und wo warst du, als Sarita ausgetauscht, Kenny? Huh? Wo warst du? Ich hatte da. Ich konnte, der Mann, was ich, liebe diese Frau. Jane, Kenny liebte Sarita. Natürlich liebte er. Er liebte jemanden, der macht das, was er sagt. Das ist warum er so liebte dieser Kind so viel. Er kann nicht zurückgehen. Fuck you! Du kennst die Sache mit Leuten wie du, Kenny? Du bist nur eine Bombe für dich. Jeder spricht über dich hinter dir, weil sie Angst haben. Das ist nicht wahr. Mike? Bonnie? Sarita? Fuckin' Liar! Das ist nicht wahr! Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. I told you not to talk about my family! Fuck you! You fucking piece of shit! Go to hell, you son of a bitch! Jesus! Ja, ich hab's geahnt. Ah, obwohl. Gute Winterreifen würde ich jetzt mal sagen. You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you alright? Yeah. I'm fine. I'm fine. Hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. Anything happens. I'll try to meet you there. All right? Kenny. That fucking asshole. God! I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't. You're both losing it. Clem, everyone's like that around him. You know that. Clem, we could leave. Right now. Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? Kenny? Kenny? It's snowing. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck! Get aside! I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Step on it! Don't just sit there! What are you doing? Hurry up! Man, scheiße! Wo's Kenny? Jesus! Wait! Oh, shit. We're running! Fuck! Fuck it. Jane? Oh my fucking god! What the fuck? Ey, was passiert hier gerade? Ist mal ohne Witz Ich dachte, es wäre schon wieder vorbei, Mann Ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht Ey, ich habe so viel vergessen Ich habe halt echt jetzt einfach mal so gar keinen Plan, wo ich hinlaufen soll So, bam So, da komme ich nicht weiter, okay Man sieht halt echt immer weniger, ne? Alter, was ist hier los? Man sieht halt einfach mal gar nichts, ne? Das ist, oh fucking shit Das Problem ist, wir irren jetzt hier rum und wissen überhaupt nicht, wo wer ist Wo Kenny ist, wo Jane ist Alle weg Hier ist eine Straße Oh, Kenny Oh, Kenny You all right? Yeah Where is he? Where's the kid? He's with her You left him with her? Jane? 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 Wait Oh, thank Christ Jane, are you okay? Where's the kid? Jane, where is he? Jane? Where is he? He's... What are you saying? No 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 Not again Not again Not again Clem, look at me No matter what happens, just stay out of it Okay? Just trust me, Clem How could you let this happen? You have to trust me, you're gonna see what he really is Kenny? Kenny? Calm down, don't do anything stupid Get out of my way Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him It was an accident, Kenny I won't back down from you, Kenny Shut up I'm warning you We can't kill each other Not after all this We're all that's left Stay out of this, Clem Clem, stay back Don't you come near me, you son of a bitch Kenny! Get the fuck up! Fuck you! Hello? Please don't! Let go! Let go! Jane! Oh my god! No Geh dazwischen, los! 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 Fucking psycho! This is on you! I'll fucking kill you! I'll fucking kill you! Oh my god! How does that fucking kill, huh? We've had enough! Listen to me! Get her off! Fucking baby killer! I'll fucking kill you! God damn it! God damn it! I'll fucking kill you! I knew you wouldn't! Look at him! I'll fucking die! Ich bin's auf dem Weg! Ich bin's auf dem Weg! Fuck you...! Bitte! Auf jeden Fall und, ähm, fuck, ich weiß selber nicht, was ich tun soll, verdammte Kacke. Soll ich Kenny erschießen, soll ich sie erschießen? Ich weiß es nicht. Jesus. Man hat ja nicht nur die Option, sie anzuschießen. Ich möchte gerne beide behalten. Beide wären wichtig. Ich weiß nicht, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Und wer es nicht weiß, ähm, guckt euch die erste Season an. Und wer jetzt gerade frisch eingeschaltet hat, dann werdet ihr auch diese Zwischenpassage verstehen in dem Wohnwagen mit Mio und Lee. Also, wie schon gesagt, haut rein. See you next time. Euer Avenger. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.